Es ist eine Weile her, aber wir müssen wieder reingehen. Workshop Monday. Was ist denn da los? Auf geht's, ab geht's. Die Queue ist bereit und wir sind es ebenfalls. Wir sehen schon im ersten Bild eine wunderschöne, ja, es ist neu. Eine M4A1S Printstream. Wir haben ein neues Reveal. Chrome Ballad. Es ist ein volles Reveal. Von der kompletten Collection. Der Herr Kollege Meisterschüler hat die Collection angepasst, jetzt für CS2. Wir hatten ja mit der Prinzium generell schon enger Probleme seit CS2. Innerhalb von CSGO war das ja alles ein bisschen mehr pearlescent mäßig. Wir springen hier mal ganz kurz ein bisschen durch, denn das ist ja alles wunderschöne Lore, aber hier geht's am Ende ein bisschen los. Es geht um pearlescents nämlich, was in CS2 halt sehr schwach ist. Wir haben im Prinzip drei Streifen auf der A1, die so ein bisschen leuchten. Aber jetzt ist es ein bisschen intensiver. Hier sehen wir es. Bam! Aua! Geil! Leute! Das macht Bock. Das macht Bock. Ganz kurz. Da muss man einmal ganz kurz abholen. Einmal kurz abholen. So sieht's aus aktuell in CS2. Und wir sehen hier diese drei Streifen jeweils. Sechs insgesamt. Und hier unten auch. Das sind die Sachen, die leuchten an dem Skin. Und das ist ein bisschen schade. Denn da ist viel mehr Potenzial. So zum Beispiel. Das ist geil. Meine Lieben. Das sieht heftig aus. Sieht auch generell vom, vom, von der Qualität einfach großes Upgrade. Ich weiß, ist das hier wirklich 1080p, meine Lieben? Schon ein bisschen. Es ist USP, finde ich auch sehr stark. Ich bin mir tatsächlich ein bisschen unsicher, was so mein Lieblingsskin aus der Collection ist. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was so euer Favorite ist. Ich finde die AK, äh, ich finde sie besser als die Asimov. AWP finde ich sehr geil. AWP finde ich ganz weit oben. Vielleicht tatsächlich am besten. Ehrlich gesagt. Diegel, USP A1 ist das, was wir bisher haben. Die AWP finde ich sehr stark. Und hier auch angepasste Scope. Also nicht Blackscope oder Vanilla, sondern einfach mit ein bisschen Design, mit ein bisschen Gestaltung. Ich finde die AK ein bisschen, ich hätte fast Wack gesagt, aber das ist sie nicht. Ich finde die AK aber nicht schlecht. Aber nicht ganz meins. Ist für mich vielleicht eher ein Pink als ein Red. Muss man fairerweise sagen. Aber ich finde, wie gesagt, ich finde die AWP, hier nochmal ganz kurz, komplett zusammen. Meine Güte, also jetzt mal No-Job. Ich finde die AWP finde ich wirklich sexy. USP, Diegel A1 ist das, was wir bisher haben. Und ich finde die AK okay. AK ist okay. Es zieht für mich jetzt aber nicht den Hering vom Teller. Aber da finde ich die AWP umwelten geiler. Und ich weiß, es gibt einige Meinungen, die sich mit diesem Patch hier oben nicht zufriedenstellen können. Ich bin, ich finde das ziemlich geil. Muss ich sagen. Geht so ziemlich rein in so Futuristic, was ja zum Skin passt. Ich bin begeistert, muss ich sagen. Ich finde es sehr geil. Die einzige Frage, die sich hier natürlich stellt, ist, inwiefern werden Skins, die wir jetzt halt eben schon haben, A1, USP, Diegel, Inwiefern werden die angepasst? Inwiefern werden die geupgradet? Denn das ist auch bei anderen Skins in der Vergangenheit nicht passiert. Wir haben die USP Black Lotus und wir haben die M4A1 Black Lotus, die zu der, oder mit der Kilowatt Collection rein kann, in CS2. Und da sieht die Black Lotus A1 wesentlich geiler aus als die USP. Die USP ist sehr plan, hat keine Tiefe, hat keinen Glanzgrad. Und die Black Lotus A1, halt eben schon. Wurde aber bei der USP nicht geupdatet, obwohl der Herr Kollege die im Workshop angepasst hat. Die ist natürlich, ist klar, ne? Also liebend gerne würden wir das hier nehmen, aber ist die Frage, inwiefern wird das kommen? Wir gehen mal weiter. R8 Revolver Jackpot ist ein, boah, Alter, das bietet sich an, ne? Heilige Scheiße. Das ist ein bisschen ein No-Brainer. Ein bisschen, also, es ist so offensichtlich. Es ist geil umgesetzt. Es ist so ein bisschen wie bei der AK Wrestling Rebel. Ist auch ein No-Brainer. Funktioniert, klar, natürlich. Aber einer muss es machen. Und hier, ich find's stark. Ist nicht ganz mein, ich bin kein Revolver-Spieler und ich find den Revolver auch ästhetisch nicht so geil. Aber die Trommel ist natürlich hier der Setting Point und die funktioniert sehr gut, wie ich finde. Rest des Skins ist, würde ich sagen, so auf Purple-Level. Jetzt nix weltbewegendes, aber gut umgesetzt. Schöne Details, Verzürung mitgenommen. Es ist, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Können wir mit reinnehmen, aber ich werd's nicht brauchen. AK Kickflip. Oh, das ist geil. Das ist spannend. Kickflip AK, natürlich weltbekannt inzwischen. Ach, das ist ja sexy. Ach du meine Güte, ist das smart. Aber wie? Warte mal, als ob das noch nie jemand vorher gemacht hat. Also, Kickflip. Ich glaub, muss ich nicht erklären, oder? Tony Hawk. Wobei, das stimmt nicht dann. Ich glaub nicht, dass Tony Hawk den Kickflip erfunden hat. Aber wir kennen die Clips von der AK. Die liegt auf dem Boden, wir stehen drauf, wir springen hoch, wir schießen drauf. Die AK dreht sich um. 360 Grad, soweit ich weiß. Und natürlich Skateboard. In Skateboard-Manier. Eine Deckseite, also eine Unterseite des Skateboards. Geil verziert. Über das Motiv können wir gleich sprechen. Und auf der Backseite, also auf der oberen Seite des Skateboards, das Grip-Tape. Schwarz. Kante clean gelassen. Holz. Daher hier der ganze Spaß. Finde ich aber sehr geil. Finde ich sehr, sehr geil. Die Nieten, die Schrauben mitgenommen. Keine Nieten, Schrauben. Wichtiger Punkt. Sehr nice. Über die AK selbst, über das Design. Dann, ähm, weiß ich nicht. Kann man ein bisschen streiten, würde ich behaupten. Ist jetzt, ich, ist jetzt keine klare Seite. Es geht rein in, 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 schon Skateboard-Design. Wobei auch Skateboards eigentlich, ich meine bei Skateboards ist jetzt nicht so, ich bin da kein Experte drin, aber ist jetzt nicht so, dass Skateboards einer, einer festen Design-Sprache folgen. Der ist mir ja auch sehr frei. In Bezug auf Symmetrie zum Beispiel oder halt eben nicht. Auf welches Motiv, was für ein Style und so. Das ist ja im Prinzip auch mehr oder weniger einfach wie eine Holzleinwand. Ich finde die, ich finde den Skin ein bisschen, ähm, nichtssagend und mir gefällt er nicht. Muss ich sagen. Ich finde die Idee supergeil. Also, Kickflip finde ich, boah, finde ich wirklich stark. Aber ich finde die Place halt nicht geil. Ist jetzt nicht, ist, das wäre kein Skateboard, was ich mir unter die Füße schneiden würde. Versteht ihr, wie ich meine? Und dementsprechend bin ich mir nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Auch wenn ich die Idee geil finde. Deswegen darfst du gerne reinkommen. Ich bin Fan von geilen Ideen. Ach du Scheiße. Und dementsprechend darf die Acker rein. Wir sind jetzt hier schon bei einem Paper Nate Kicker. Äh, weiß ich nicht. Tue ich mich ein bisschen, ähm, nee, oder? Also, nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Es ist ein guter Sticker. Es ist jetzt nicht so, dass der komplett scheiße ist. Aber es ist, ich habe keinen Bedarf. Kein Bedarf, Taxifahrer. Das ist wild. Das ist richtig wild. Acker Virus. Volume 2. Wir gehen da mal ganz kurz durch. Ich finde es sehr interessant. So ein bisschen Borderlands-Style. Konturen schwarz. Finde ich sehr wild. Ist ein Style, den wir so innerhalb von Contours-Style noch gar nicht haben. Und dementsprechend auch hier wieder eher auf der innovativen Seite. Auch wenn der Style bekannt ist. Aber wir haben es halt nicht im Game. Und dementsprechend herzlich willkommen. Ich finde es schlicht. Ich finde es clean. Ich finde es geil. Hier übrigens auch schönes Detail. Oh, ist das gut. Oh, ist das gut. Das ist... Ich meine, ich habe es mir gedacht. Aber hier sehr geil. Eine Technik, die man eigentlich aus dem Print kennt. Aus Printmedien. Vor allem, wenn es geht, oder damals vor allem, um große Plakate oder Grafiken. Wir haben hier diese Punkte. Die auf der einen Seite... Es ist ein schmaler Grad zwischen Kostensenkung, in dem man eben weniger Farbe druckt. Aber dennoch das Motiv beibehalten, in dem man halt eben so viele Punkte setzt, dass man das Motiv erkennt. Und je weiter weg ist, man geht von dem Ding, umso deutlicher kann man das Ding immer noch erkennen. Je näher man rangeht, umso mehr sieht man diese Struktur in Form von diesen Punkten. Es ist... Ich bin Fan. Es ist so ein bisschen Comic auch. Comic-Bücher. Comic... Ist es Comic-Style? Ich kenne es nur aus dem Print. Also aus Plakaten und so. Ich bin ja noch nie so wirklich drin in Comic-Büchern. Aber ich finde es geil. Und jetzt wird es interessant. Jetzt wird es wild. Ich sage jetzt schon mal Ja. Lieber Ronny Miner. Gehen wir gleich drauf an. Wir gehen aber noch mal hier ganz kurz auf ein paar Bewegtbilder. Denn die sieht auch einfach geil aus. Das passt irgendwie auch zu der Animationsbewegung. Muss ich sagen. Irgendwie... Das ist geil. Das ist geil. Ich bin Fan. Ich bin Fan. Und jetzt wird es richtig lustig. Ronny. Ronny. Miner. Level 51 bei Steam. Wir sind befreundet. Und wisst ihr, was noch lustiger ist? Der Kollege ist in unserer Gruppe. Dementsprechend. Es ist der erste Link in der Beschreibung. Ich finde es persönlich ziemlich geil. Wir haben uns die AFWP mal angeschaut. Fand ich auch sehr schick. Fand ich hier ein bisschen... Äh... Ver... Nicht vergeudete Chance. Man hat hier verschiedene... Man hat hier ein Relief. Relief. Man hat eine Norm-Map. Man hat... Äh... Textur in dem Ding. Man hat hier Höhenunterschiede. Mir persönlich... Ich hätte es geil gefunden, wenn man die Blätter ein bisschen glänzend machen würde. Glaube ich jedenfalls. Haben wir aber damals schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Fand ich schon mal vom Ansatz her sehr stark. Jetzt hier die AK. Finde ich sehr wild. Dementsprechend... Finde ich das sehr geil. Wie gesagt, Link in der Beschreibung. Erster Link kommt hier rüber. Und lasst da ein bisschen Liebe da. Liebend gerne. Wenn ihr sie geil findet. Denn ich finde sie ziemlich geil. Und dementsprechend wird es hier ein klares Ja. P2000. Fused. Anti. Meta. Äh... Weiß ich nicht. Sieht sehr... Oh ne. Oh nein. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Mir gefällt der Blauton. Ich finde den Blauton sehr stark. Sehr tief. Sehr dunkel. Bietet viel an. Auch so ziemlich krumm. Was ich eigentlich auch jetzt nicht per se schlecht finde. Mir gefällt der Griff aber so ganz und gar nicht. Beziehungsweise die untere Partie. Das sieht eher aus wie ein Geschwür. Muss ich fairerweise sagen. Ist nicht ganz meins. Ist nicht ganz meins. Aber vom Ansatz her nicht ganz... Nicht ganz schnell. Nicht ganz kacke. Nicht ganz schlecht. Brandon. Hier. Das ist natürlich dann... Da. Da. Boah. Da merke ich wie sich der Puls erhöht. Muss ich sagen. Ist halt clean. Mega clean. Und dafür finde ich den Griff dann zu dominant. Wenn man das ein bisschen runterskaliert. Wenn dieses Muster ein bisschen kleiner ist. Nicht so groß. Es wirkt sehr groß und sehr grob. Wenn man das ein bisschen kleiner und feiner macht. Ich glaube dann hat das ein bisschen mehr... Ein bisschen mehr Balance im Skin. Weil so ist es irgendwie wild. Obwohl der Skin so krass blau ist. Obwohl das eigentlich so der Selling Point sein sollte. Oder so der Eye Focus. Ist es der Griff, der hier die meiste Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und das finde ich ein bisschen schade. Weil das ist ein sehr schöner Blauton. Was auch eine Aufgabe ist. Das darf man nicht vernachlässigen. Ne danke. Aber die nächste vielleicht. Lieber Brandon. Kommen wir zum Sticker. Mosaik Star in Foil. Und das finde ich doch... Das... Oh da finde ich... Da bin ich aber jetzt erstmal... Da bin ich erstmal interessiert. Das finde ich gar nicht schlecht. Das ist ja halt... Bei so einem GIF ist es halt schwierig. Weil die Qualität so scheiße ist. Hier merkt man aber auch. Wir hatten gerade die AK. Mit diesen Punkten. Was ich gemeint habe. Und das ist im Prinzip bei GIFs. Das ist halt runter komprimiert. Und daher ist es nicht so clean. Und dieses Rauschen ist im Prinzip genau das. Was wir gerade besprochen haben beim Print. Nur dass sich hier halt das Rauschen bewegt. Weil sich das Bild bewegt. Aber hier sieht man es im Screenshot sehr clean. Und das finde ich sehr geil. Finde ich sehr stark. Ich bin mit solchen Stickern... Es geht so ein bisschen für mich in die Richtung von dem Black Lotus Sticker. Von dem Glitter. Wo ich selber auch nicht so ganz weiß. Was soll ich damit eigentlich anfangen. Also ich habe da nicht so ein Ding. Wo ich mir denke. Ah. Das ist ein Sticker. Den kann ich da drauf ballern. Und dann habe ich einen geilen Skin. Das müsste ich für mich ein bisschen rausprobieren. Wo ich das geil fände. Wobei ich kann mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen. Dass es auf einer Fuel Injector gut kommen würde. Das kann ich. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Aber in Foil meiner Meinung nach auf jeden Fall richtige Wahl. Ich glaube Hole wäre das nicht so geil. Wird es wahrscheinlich auch geben. Aber Foil finde ich sehr stark. Ich bin generell in CS2 großer Fan von Foils. Und dementsprechend... Zizikach. Liebend gerne. Ich bin down. Ich bin down. Sag ich wie es ist. Sticker plus 500 FPS Ticket in Glitter. Also so rein allgemein betrachtet ist es auf jeden Fall eine Message. Wo ich hinter stehe. Ach guck mal sogar draufgeklebt. Und das ist dann der Teil der Glittert. Ah ja. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Statement finde ich aber gut. CS darf auf jeden Fall ein bisschen FPS vertragen. Noch eine Galil. Eine Sharky. Oha. Oha. Ach du. Oh. Alter Falter. Alter Falter. Okay. Also von der Komposition des Bildes finde ich das sehr wild. Und sehr unübersichtlich. Aber wir nehmen es mal mit. Wir haben hier noch 11... Ich finde es stark. Das Muster an sich finde ich sehr stark. Gefällt mir sehr. Sieht auch in der Hand gut aus. Absolut. Absolut. Das ist geil. Ich finde es sehr schön, dass das Rot nicht so gesättigt ist. Das ist sehr... Ähm... Flach. Das finde ich sehr gut. Das passt halt eben zu dem ganzen Grau und den ganzen Graustufen. Das finde ich sehr geil. Oh. Guck mal. Das hat sich sogar abgesetzt. Das ist nicht einfach nur... Es ist so ein bisschen Kreide-Effekt. So sieht das aus. So ein bisschen alter Spray vielleicht. Aber der setzt sich hier auch ein bisschen ab. Der hat so ein bisschen schwarze Kontur. Das finde ich dann auch wiederum ein bisschen interessanter. Sieht man aber nicht so stark. Und dementsprechend... Also es ist ganz minimal. Und ich glaube mehr wäre auch nicht nötig gewesen. Wenn man das Ding heftig dick gemacht hätte. Das sähe glaube ich nicht so geil aus, wie es jetzt gut aussieht. Und es ist ein schöner... Es ist höchstwahrscheinlich ein Blue. Das muss man so sagen. Aber ich finde es ein starkes Blue. Ich finde ihn geil. Also den kann man auf jeden Fall rocken. Das ist eine schöne... Oder wäre eine sehr schöne Budget-Gallie, wie ich finde. Absolut. Und halt auch sehr schlicht von den Farben her. Nix extravagantes. Nix flashiges. Sondern einfach ganz schlicht clean. Passt zum Terroristen-Statement. Also ich finde... Geil. Wirklich, Leute. Ey. Heftig. Bin ich down? Hey, sie. Ach, das Maul öffnet sich. Das ist ein schönes Detail. Das ist geil gemacht. Hier ein bisschen der Prozess. Dezenter Unterbiss. Oder Überbiss. Ich weiß es nicht. Woran rechnet man das? Rechnet man das am Unterkiefer oder am Oberkiefer? Ich denke, es ist ein Unterbiss, weil der Oberkiefer drinne ist. Versteht ihr, wie ich meine? Aber finde ich stark. Ich bin da. Ich bin da. Und damit war es das. Ich sehe hier gerade noch eine interessante A1. Die schauen wir uns nochmal an. Hier ist nochmal Diffused Antimatter in... Oh mein Gott. Was ist das für eine Acker? Royal Lot. Da, äh... Wild. Sehr wild. Sehr wild. Es hat ein bisschen... Ein bisschen Vibe von der Chantikos Fire. A1, die wir schon im Game haben. Sehr gold. Sehr... Es sieht sehr organisch aus. Holzstruktur ist... Es sieht so ein bisschen aus wie bei so... Epoxidharz-Holztischen. Wo dann das ganze Ding so dazwischen läuft. Und dann hast du da so ein Ding auf einmal in deinem Holz. Es ist wild. Es ist wirklich wild. Die Holz-Akzente. Wobei das hier oben normalerweise kein Holz ist. Aber das ist rot untermalt. Wohingegen das Metall dann eher grau ist. Okay. Sehr viel Gold. Sieht sehr punktvoll aus. Aber ich... Aber rein ästhetisch. Rein ästhetisch bin ich mir nicht ganz sicher, muss ich sagen. Ich bin mir... Ich bin zwiegespalten. Es ist ein Augenfänger. Das muss man sagen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich davon ein Fan bin. Ehrlich gesagt. Irgendwie... Ich merke, dass das einfach... Für mein Auge. Das ist einfach... Das ist viel. Viel fürs Auge. Aber ich zum Beispiel... Finde da keine wirkliche Bindung. Nicht zum Beispiel so wie bei der Galil gerade. Sehr schlicht. Sehr clean. Aber dafür auch... Gefühlt irgendwie sehr ausdrucksstark. In dem was sie ist. Und die Arca ist jetzt eher so ein bisschen wild. Versteht ihr, wie ich meine? Auch wenn sie in der Hand gut aussieht. Aber ich tue mich ein bisschen schwer. Ich tue mich ein bisschen schwer. Ich bin mir halt unsicher. Ich weiß nicht, inwiefern das besser wäre, wenn man zum Beispiel das Rot durchgezogen hätte. Gold und Rot. Und dann mit dem dunklen Grau eher nur so in die Akzente reingegangen wäre. Das ist vielleicht eine Möglichkeit. Aber so finde ich, es ist wild. Ist eine wilde Arca auf jeden Fall. Und Gold natürlich bei der Arca eigentlich auch eher schwierig. Oder bei Skins generell. Weil das dann halt so schnell in so eine Exklusivität abdriftet. Ich meine, die Gold-Arabesque... Das war keine andere Möglichkeit, als sie in eine Collection reinzuhauen. Das ging nicht anders. Die hättest du nie im Leben in eine Case reinballern können. Ich bin mir bei der... Ich bin mir unsicher. Wir lassen das mal... Ask me again later. Lassen wir das mal so stehen. Und ich glaube, die A1 haben wir uns die schon mal angeschaut. Ich bin mir unsicher. Sie wirkt sehr vertraut. Aber vielleicht ist es wie beim Rap. So eine Doppelschöpfung, weißt du? Wenn zwei verschiedene Artists irgendwie so die gleiche Line, die gleiche Pointe nutzen. Sieht aber geil aus. Mir gefällt die Farbe sehr. Grüner Akzent. Finde ich auch sehr geil. Dunkel, hell. Ist sehr schick. Also da bin ich... Da bin ich dabei. Das ist halt auch eher ein Skin, der... Anders als die Arca gerade. Der halt sehr... Ich würde behaupten, der Skin ist sehr selbstsicher. Wohingegen die Arca gerade ist halt sehr... Digga, was soll das denn? Aber die finde ich sehr geil. Die finde ich sehr schick. Die finde ich sehr clean. Dürfte ein Pink sein. Eventuell sogar Anwärter auf den Red. Die finde ich geil. Die finde ich schick. Die würde ich rocken. Die geht so ein bisschen von den Farben her. Geht hier ein bisschen rein in die M4A4 Royal Paladin. Von der ich auch Fan bin. Die ich auch mal hatte. Für zwei Tage. Weil die unfassbar schnell, unfassbar langweilig wird. Und ich hab so das Gefühl, das wäre hier nicht der Fall. Weil der Skin einfach wesentlich mehr bietet. Versteht ihr, wie ich meine? Ist bei der A4A aber auch generell ein schwieriges Pflaster. Also, ist auch hart. Für die einen guten Skin zu machen. Aber, meine Lieben. Das, äh, geil. Alter, was ist die Session? Hatten wir einige Banger. Und wenig, wenig Scheiße. Wir haben sie hier nochmal. Die Arca vom lieben Roni. Roni? Aber es ist nur ein N. Meiner. Liebe Grüße. Finde ich sehr geil. Also ich bin wirklich, ich bin hooked. Ich find sie geil. Ich würde sie liebend gerne sehen. Ich hab keine Ahnung. Was das für eine Rarity wäre. Purple. Kann ich mir gut vorstellen. Link der erste in der Beschreibung. Weil das ist ja, das ist ja auch leicht, äh, muss man sagen, biased. Natürlich. Das ist ein Member in unserer Community. Natürlich wird er hier ein bisschen gepusht, wenn hier auch ein geiler Skinball rumkommt. Meine Lieben. Das ist doch, das ist doch hammermäßig. Also davon bin ich wirklich Fan. Die find ich wirklich geil. Und, äh, wenn ich hier eine Chance, wenn ich hier eine Möglichkeit habe, meinen Teil dazu beizutragen, auch einen geilen Skin, den ich selber geil finde, äh, im, im Game zu, äh, zu publishen. Also zu pushen. Lieben gerne. Meine Lieben. Das ist doch, ist selbstverständlich. Selbstverständlich. Ich find das sehr geil. Damit sind wir durch für heute. Ich wünsch euch noch einen wunderschönen restlichen Montag. Äh, wir hören uns heute Abend im Stream. Um 19 Uhr. Und dann, äh, wünsch ich euch noch viel Erfolg. Bei dem, was ihr heute noch tun werdet. Ich hoffe, ihr habt einen guten Tag. Heute ein bisschen später. Ich war gestern, ich war heute ziemlich geredert von dem, äh, Turnier gestern, was sehr geil war. Meine Güte. Erstes Ringman-Turnier gestern hier live bei Twitch drüben. War ein großer, geiler Erfolg. Und auch anstrengend. Aber auch geil. Dementsprechend heute ein bisschen down gewesen. Aber, äh, fantastisch. Meine Lieben. Euch einen schönen restlichen Montag. Entweder hören wir uns heute im Stream oder morgen wieder in der Frische. Macht's gut und bis dahin. Macht's gut und bis dahin.